Hier kommt meine Idee. Statt erhobener Zeigefinger und Schockeraktionen in der Innenstadt sollten Umwelt- und Tierschutzverbände Grillstände in der Innenstadt aufbauen und Proben von Grillfleisch kostenlos an die Passanten reichen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Franziska, Franzi, falls du das hörst, wie wär's denn einfach, wenn du jetzt aufhörst, Fleisch zu essen, also wenn du jetzt vegan wirst und dann ein Aussteigerinnenbuch schreibst, wo du dann dokumentierst, Mensch, Freunde. Ich hab jetzt mein Leben lang Fleisch gegessen und ich hab letzte Woche herausgefunden, dass dort Tiere für sterben. Die Industrie der tierischen Lebensmittel hat sich die letzten Jahre radikalisiert, einfach ohne, dass ich das mitbekommen habe. Ich hab einfach nix mitbekommen davon. Die hat sich einfach so radikalisiert. Einfach so. Ja was? Ich liebe Fleisch. Was interessieren mich diese blöden Viecher und was aus dem Planeten wird, ist mir auch egal. Ob dir das schmeckt? Tja, genau so stellen sich vermutlich einige Veganer und Vegetarier den typischen Normalverbraucher vor. Uneinsichtig, skrupellos und ohne jedes Gewissen. Ein Stereotyp, das... Die ist aber auch schon so ein bisschen auf einer, zur damaligen Zeit zumindest so einer persönlichen Vendettatur gegen VeganerInnen unterwegs gewesen. Was ganz sicher nicht für alle gilt. Ein Stereotyp, das nicht nur falsch sein kann, sondern sogar kontraproduktiv. In diesem Video erzähle ich euch, warum wir Fleischesser Fleischesser sind. War die da noch in der AfD oder ist die Haarfarbe in Parteifarben ein Zufall? Immer wieder sehen wir da diesen einen plakativen Vergleich. Die Herstellung eines einzigen Kilogramms Rindfleisch stößt laut Waterfoodprint 40 mal mehr CO2 aus und verbraucht rund 70 mal mehr Wasser als ein Kilo Tomaten. Das ist natürlich ein krasses Verhältnis. Trotzdem finde ich die Dramatik, mit der die Debatte gerade in Deutschland geführt wird, etwas übertrieben. Ohne die Fakten zu leugnen, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass man die ganze Sache auch anders betrachten kann. Nein. Ich bin sehr gespannt, wie man das anders betrachten kann. Ich glaube nicht, dass sie mir jetzt mit blauem, grauem, schwarzem und grünem Wasser kommt. Ich glaube nicht, dass sie mir gleich erklärt, dass ja vieles vom Wasserverbrauch wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden könnte und teilweise auch wird. Und dass deswegen dieses Wasserargument immer noch gut ist, aber nicht so unendlich drastisch, wie es oftmals dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass sie da mitkommt. Wir hier in Deutschland essen pro Jahr und Person nämlich 60,1 Kilogramm Fleisch. Das ist weniger als der EU-Durchschnitt, der nämlich bei 71,3 Kilogramm liegt. Und selbst das ist noch im Mittelfeld der Industriestaaten. Außerdem finde ich den CO2-Vergleich von Fleisch mit rohem Obst oder Gemüse ein bisschen unfair, denn davon alleine ernährt sich ja so gut wie niemand. Noch? Satt wird man vor allen Dingen von Nudeln, Kartoffelsalat, Brot. Was ist das denn? Nudeln, Kartoffeln und Brot. Beilagen. Beilagen. Das ist schon alles Obst und Gemüse, was man so isst, wenn man kein Fleisch isst. Das sind alles... In Nudeln sind Eier. Richtig, in Nudeln sind Eier. Das ist richtig. Verarbeitete Produkte. Der CO2-Ausstoß pflanzlich... Wo sind denn Kartoffeln verarbeitete Produkte? Also das ist wild. Das ist schon ein bisschen wild. ... die Ernährung ist dann durch diese Verarbeitung am Ende doch deutlich höher, als die Vergleiche mit den Tomaten erstmal nahe legen. Nein, das stimmt halt auch nicht. Das stimmt halt auch nicht. Das ist halt auch einfach falsch. Wo sind denn da die Quellen? Sind da Quellen angegeben? Stereotype Fleischessers, Wasserverbrauch vom Fleisch. Okay, hier, 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 hier. Verstecktes Wasser. Ja, gut. Letztendlich haben wir hier Wasservergleiche. Uch, das ist ganz schön viel. Uch, das ist ganz schön wenig. Biodiesel. Biodiesel, fast so schädlich, fast so schädlich wie Rindfleisch. Gut, das gibt's jetzt nicht mehr, aber ist ja auch egal. Und das Klima, eine Abrechnung. CO2-Äquivalente. Ja, aber das ist doch, also ob ich jetzt eine fucking Möhre nehme oder eine Kartoffel, ist doch gleich. Also ist ja auch scheißegal. Es gibt übrigens viele Webseiten, wo man den CO2-Ausstoß einzelner Lebensmittel nachschauen kann. Davon habe ich euch ein paar unten verlinkt, wenn euch das interessiert. Das für das Klima-Schädlichste... Ja gut, da wollen wir doch mal gucken. Wo sind die denn? Klimabilanz von Butter und Milchprodukten. Wo ist denn jetzt hier diese... Ist es das hier? Wird hier auch CO2 angegeben? Ne, ist das nur Wasserverbrauch, oder nicht? Ich finde es auch gut, dass hier angegeben wird, wie viel grünes, blaues und graues Wasser. Also grünes Wasser kann wieder zurückgeführt werden, blaues wird verarbeitet, graues eben nicht. Das Graue ist das Gefährliche. CO2 ist Wasser. Ach, Detailfehler. Juckt ja niemanden. Das Klima-Schädlichste Lebensmittel ist nach meinen Recherchen übrigens nicht Fleisch, sondern Butter. Auch Milch und Käse sind echte Klimakiller. Und Veganer und Vegetarier ernähren sich jetzt ja im Winter auch nicht nur von heimischem Gemüse wie Kohl oder Rüben. Außerdem sollten wir den Anteil... Ja gut, also erstmal ja, alle Milchprodukte sind brutale. Klimakiller A und B, das Argument mit dem heimischen, das zieht einfach nicht, wenn man sich anschaut, wie wenig der Transport beim CO2-Abdruck einzelner Produkte eine Rolle spielt. Also die größten Emissionen treten tatsächlich bei dem Transport vom Hafen zum Supermarkt auf. Also in den Verarbeitungsprozessen, die dann in Deutschland passieren. Also die... Es ist mit anderen Worten, es ist nahezu egal, ob jetzt etwas aus Argentinien kommt oder ob es in Deutschland von nebenan kommt. Es ist natürlich schön, regionale Produkte zu fördern durch den Kauf, weil es die lokale Wirtschaft fördert und, und, und. Aber für, so aus Klimaschutzgründen ist der Transport, der spielt absolut gar keine Rolle. Das ist bei nahezu allen Lebensmitteln, kannst du dir angucken, dass der Transport keine Rolle spielt. Und wenn wir uns hier anschauen, was so der, der allgemeine Fußabdruck ist von, äh, von, von Lebensmitteln, dann sind tierische Lebensmittel ganz weit vorne, ne? Also überall. Also kann ich mir Weigoo aus Japan bestellen? Ja, richtig. ...den Ernährung an unserer Klimabilanz hat jetzt auch nicht überschätzen. Diese Grafik zeigt, dass das nur ein kleiner Teil ist. Ich zum Beispiel habe wahrscheinlich eine bessere Klimabilanz als so mancher Vegetarier, obwohl ich Fleisch esse. Ich hatte nämlich noch nie einen Führerschein und ich bin in meinem gesamten Erwachsenenleben zweimal mit einem Flugzeug geflogen. Da könnte ich eigentlich ein kleines Klimabinchen kriegen, oder? Aber auch in anderen Bereichen versuche ich aufs Klima zu achten. Ich heize zum Beispiel immer nur einen Raum, in dem ich mich dann auch aufhalte, das Wohnzimmer. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr noch so alles machen könnt, um dem Klima zu helfen, dann würde ich euch dieses Video hier von Bubble zu dem Thema empfehlen. Und weil ich schon wirklich auf viele dieser Sachen achte, finde ich, darf ich mir dann auch mal hin und wieder Fleisch gönnen. Denn ich habe ja wirklich schon oft versucht, damit aufzuhören, ist aber einfach nur nie geschafft. Wenn ich was über das Thema lese oder eine Dokumentation sehe, dann bin ich meistens ganz fest entschlossen. Und ich scheiß auf alles! Das stimmt, ja. Nur um dann drei Tage später doch wieder inkomplikant zu werden. Ich habe mein Kohlekraftwerk ausgeschaltet. Gern geschehen. Dankeschön, Edgar Allan Poe. Außerdem ist ein Apfel im Winter aus Deutschland, der dauerhaft gekühlt werden muss, schlimmer für die Umwelt als ein Apfel aus Neuseeland. Man soll die Lebensmittel in der Phase regional essen, indem sie produziert werden. Im Winter ist ein Apfel aus Neuseeland CO2 unbedenklicher als ein Apfel aus Deutschland. Gut, da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung von. Gar keine. Sag mal, Karl, du hast doch auch ein Auto, oder? Schwachmatt. Ich habe tatsächlich keinen Führerschein, aber Isar ist die Klimasau. Ich bin auch geimpft. Ich sitze immer nur auf dem Beifahrersitz und schrei sie immer an, du Klimaschwein. Aber wir haben sogar einen Diesel-SUV mit 1,2 Litern. Da schämen wir uns wirklich sehr für. Wir versuchen den gegen ein Elektroauto baldmöglich umzutauschen, aber es gibt halt super viele andere Projekte, für die Geld schon eine große Rolle spielt. Ja, und dann, ja, kann man sich jetzt entweder ein neues Auto kaufen oder aber, ja. Da bin ich nicht allein. Laut einer Studie der Hannoverischen Versicherung aus dem Jahr 2015 hat rund ein Drittel aller Deutschen, die regelmäßig Fleisch konsumieren, zumindest hin und wieder ein schlechtes Gewissen. Laut der gleichen Studie sind aber nur die allerwenigsten Deutschen Vegetarier oder Veganer. Genau deswegen finde ich es auch nicht sinnvoll, immer und immer wieder zu betonen, wie wichtig und moralisch wertvoll doch eine fleischfreie Ernährung ist. Im Gegenteil, das könnte eher Trotz- und Abwehrreaktionen hervorrufen. Ich versuche niemanden zu töten, deswegen darf ich doch ab und zu jemanden töten. Was ist das für eine Logik? Ich bin auch geimpft. Ja, das ist keine Logik, das sind so, das sind so die Äste, an die man sich noch klammert. Das eingeschnappte und fast schon aggressive, jetzt erst recht, das lese ich immer wieder mal in den sozialen Netzwerken. Ich heiße das natürlich nicht gut, aber ganz ehrlich, manchmal kann ich es echt nachvollziehen. Gerade wenn ich dann so Aktionen wie diese hier von PETA sehe, wo sich ein kopfüberhängender Typ mit Kunstblut übergießen und symbolisch schlachten lässt. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Fleischesser sprechen. Aber bei mir führt sowas nicht dazu, dass meine Bereitschaft zum Verzicht steigt. Eher im Gegenteil. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass solche Aktionen eher für VeganerInnen sind. Also als ich das gesehen habe, wo ich noch alles gegessen habe, dachte ich mir auch, Alter, oh Gott, nervt das Bruder. Oh Gott, Alter, ihr seid solche nervigen Typen. Und jetzt, wo ich vegan lebe, denke ich mir, ja Mann, da sollte es viel mehr von geben. Also grundsätzlich, ich habe nie diesen Trotz dann gehabt, sodass ich mir dann gedacht habe, so, jetzt esse ich erst Rechnewurst oder so. Ich glaube, das passiert auch nicht. Das ist nur, wenn man das sagt, dann versucht man einfach nur so ein bisschen edgy unterwegs zu sein. So Edgelords schreiben sowas. Edgelords schreiben, weil du das jetzt gesagt hast, esse ich nochmal besonders ein Würstchen. Ja, nee. Werde ich hier nicht von abhalten können. Noch nicht. Aber diese Aktionen führen auch, glaube ich, nur bei den wenigsten dazu, dass ein Umdenken stattfindet. Und das ist dann schon eher, dass man sich innerhalb der eigenen Bewegung so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Was auch in Ordnung ist. So, versteht mich nicht falsch. ...schlachten lässt. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Fleischesser sprechen, aber bei mir führt sowas nicht dazu, dass meine Bereitschaft zum Verzicht steigt. Eher im Gegenteil. Noch krasser wird das Ganze natürlich dann, wenn im Namen der Tiere sogar Straftaten begangen werden. Dazu habe ich noch ein eigenes Video gemacht. Es geht um kriminelle Tierschützer. Das findet ihr hier oben auf dem i. Ja, kriminelle Tierschützer sind Tierschützer. Jeder Tierschützer ist kriminell, weil Tiere kein Recht zugesprochen bekommen. Und wenn man da was für tun will, dann wird man nun mal kriminell. Das ist nun mal so. Kann man nichts machen. Alleine die Aufdeckung von Missständen und Straftaten in der Tierhaltungsindustrie, die Umstände dort zu dokumentieren, sind Straftaten. Es gibt, glaube ich, keine, keine, und noch nicht mal Militant, weil Militant bedeutet ja mit Waffeneinsatz, aber es gibt keine Direct Action, also keine Organisation, die tätig wird und nicht mindestens beobachtet wird. Die allermeisten sind terroristisch eingestuft. DxE, also Direct Action Everywhere, Animal Liberation Front, das sind alles terroristische Vereinigungen, weil sie organisiert Straftaten begehen. Dankeschön. Ich habe andere, ich persönlich, ich persönlich habe eine andere Definition. Ich denke nicht, dass wenn man Hunde aus Laboren befreit, dass man dann ein Terrorist ist, aber naja, so scheiden sich dann die Geister. Es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit. Laut einer Greenpeace-Studie von Ende 2018 sind 89% aller Deutschen bereit, mehr Geld auszugeben, wenn das Fleisch aus artgerechter Haltung kommt. Einer Studie der Europäischen Kommission von 2013 zufolge sind außerdem 85% aller Deutschen bereit, weniger Fleisch zu essen, wenn die Herkunft zertifiziert ist. Hier kommt meine Idee. Statt erhobener Zeigefinger und Schockeraktionen in der Innenstadt sollten Umwelt- und Tierschutzverbände Grillstände in der Innenstadt aufbauen und Proben von Grillfleisch kostenlos an die Passanten reichen. Aber eben nicht irgendwelches Grillfleisch, sondern bestes Kobe-Rind, was täglich massiert worden ist und nichts als grüne Wiese kennt. Kobe-Rinder werden festgebunden. Kobe-Rinder dürfen sich nicht bewegen. Weigurinder sind Masttiere, die in ihrem Leben keinen Meter gehen. Wann es sich die Leute schmecken lassen, könnte man sie auch gleich darüber aufklären, worauf sie so achten müssen, wenn sie es sich mal zu Hause ohne schlechtes Gewissen schmecken lassen wollen. Ich bin auch geimpft. Nimm mein Geld, Karl, sofort. Ohne Widerrede. Lelelele. Lelele. Ich bin offen rechtsradikal. Ich muss das nochmal hören. ...zu essen, wenn die Herkunft zertifiziert ist. Hier kommt meine Idee. Statt erhobener Zeigefinger und Schockeraktionen in der Innenstadt sollten Umwelt- und Tierschutzverbände Grillstände in der Innenstadt aufbauen und Proben von Grillfleisch kostenlos an die Passanten reichen. Aber ich muss das nochmal hören, wenn die Herkunft zertifiziert ist. Hier kommt meine Idee. Statt erhobener Zeigefinger und Schockeraktionen in der Innenstadt sollten Umwelt- und Tierschutzverbände Grillstände in der Innenstadt aufbauen. Da muss ich aber jetzt mal ganz gewaltig los. Da muss ich aber ganz schnell los. Also da muss ich jetzt aber mal mit dieser anderen Geschwindigkeit los. Tierschützer sollen Tiere grillen? Was denkt ihr denn? Peter am Schwenkgrill oder was? Ihr wisst schon, wenn People for the Ethical Treatment of Animals Tiere grillen, dann wäre das in etwa so, als würde UNICEF Kinder verhungern lassen. Während sie dann darüber aufklären, dass man ja Kinder nicht verhungern lassen soll. Peter X Ankerkraut. Und Proben von Grillfleisch kostenlos an die Passanten reichen. Aber eben nicht irgendwelches Grillfleisch, sondern bestes Koberind. Der Vorschlag, ich hoffe, dass der Vorschlag mittlerweile auch nicht mehr ernst gemeint ist. Ich hoffe, da hat ja mit Sicherheit auch eine persönliche Entwicklung stattgefunden. Aber grundsätzlich vielleicht einfach nur, um da auch mal aufzuklären. Wenn du dich für Tiere einsetzt, dann möchtest du verhindern, dass die gegrillt werden. Und zwar unabhängig ihrer Haltung. Du würdest also quasi... Du würdest dem quasi... Versteht ihr? Das ist... Was täglich massiert worden ist und nichts als grüne Wiese kennt. Und während es sich die Leute schmecken lassen, könnte man sie auch gleich darüber aufklären, worauf sie so achten müssen, wenn sie es sich mal zu Hause ohne schlechtes Gewissen schmecken lassen wollen. Vielleicht kann sich das nicht jeder so häufig leisten wie diesen Abfall, den man heute im Discounter Fleisch nennt. Aber der Qualitätsunterschied, der macht es aus meiner Sicht eindeutig wett. Selbst auf diejenigen, die gar keine Skrupel haben, hätte das einen positiven Einfluss. Denn wer einmal richtig gutes Fleisch gegessen hat, der kriegt diesen Mist aus dem Supermarkt doch sowieso nicht mehr runter. Und deswegen ist das hier natürlich auch kein echter Burger, sondern er ist natürlich vegan. Reporter hat sich mit veganen Aktivisten beschäftigt und mit der Frage, ob Straftaten im Namen der Tiere in Ordnung sind. Das Video dazu findet ihr hier oben. Da unten ist meins zum Thema Flugscham. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich sag tschüss und bis nächste Woche. Ja, die Aktivistinnen, die werden bestimmt stolz sein, dass sie in so einem Video verlinkt werden. Freunde, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal ein bisschen Fleisch kreien würdet und das einfach kostenlos rausgeben? Wie wäre es denn, wenn ihr einfach kostenlos tote Tiere verteilt? Das würde doch Tierschutz auf ein komplett anderes Level hieven. Dann würden die endlich mal Bratwurst und Bier für Tierschutz. Bis zum nächsten Mal.